Liebe Brüder und Schwestern, Jesus kommt zu Johannes an den Jordan, um sich taufen zu lassen. Und es ist ja eigentlich eine Taufe, die die Bereitschaft zur Umkehr zeigen soll. Aber Jesus hat es ja nicht nötig, umzukehren. Er ist ja frei von jeder Schuld, von jeder Sünde. Er ist ja der Sohn Gottes. Herr Johannes, er tauft mit Wasser, um die Menschen vorzubereiten auf das, was nach ihm kommt, auf den, der vor ihm war und jetzt sein öffentliches Wirken begonnen hat, um hinzuweisen auf Jesus, den Sohn Gottes. Ja, auch wir sollen bereit sein, immer wieder neu umzukehren. Wir sind ja schon getauft. Wir haben ja schon dieses neue Leben empfangen. Ja, die Gnade, sie kommt durch Jesus, so heißt es auch in der Schrift. Es wird uns vom Vater durch seinen Sohn Jesus geschenkt, der für uns Mensch geworden ist. Ja, in ihm haben wir die Erlösung, die Sündenvergebung. Jesus vergibt uns alle Schuld. Er reinigt uns, sodass unsere Herzen, unsere Seelen, die befleckt sind von der Sünde, von unserer Schuld, die schmutzig sind, die oft so einen, geistlich gesehen, geistlich gesprochen, einen Gestank verbreiten wie der Müll. Er wäscht uns rein. Und ich denke auch, dieser Müll, der gerade jetzt so nach Weihnachten anfällt, manchmal erschrecke ich davor. Es ist manchmal erschreckend, was da für Müllberge entstehen, nach so einem Fest, wenn man so das Ganze abtransportiert, diese ganzen Verpackungsmaterialien und das viele andere Zeug. Ja, dieser Müll, den wir oft geistig produzieren, Jesus, er verbrennt ihn sozusagen in seinem Herzen, im Feuerherd seiner Liebe. Er ist so wie eine große Müllverbrennungsanlage, könnte man sagen, wo alles hineingeworfen werden kann, wo alles verzehrt, verbrannt wird. Ja, auch der giftigste Müll, den wir produzieren, die schwersten Sünden, sie halten diesem Feuer der göttlichen Liebe nicht stand. Jesus verbrennt alles im Feuerherd seines göttlichen Herzens. Ja, er befreit uns von allem Gestank, von aller Last, von allem Abfall, von aller Schuld. Er wäscht uns rein, sodass wir rein sind, weiß wie Schnee. Ja, weiß, wäscht uns der Herr, er reinigt uns, er schenkt uns neu den Duft des Himmels und dieses Eis, was uns manchmal umgibt, unser Herz, so wie wir es jetzt auch beim Wetter erleben, dieses Eis in uns, er bringt es zum Schmelzen, er lässt den Wind wehen, dann rieseln die Wasser, heißt es auch in der Schrift. Er schenkt uns wieder neu seine Wärme, er taut uns auf, er erfüllt uns neu mit seinem göttlichen Leben. Auch das tut Jesus für uns, der Retter und Erlöser. Er erneuert unseren Glauben. Wir sind getauft auf seinen Namen und wir sollen stark werden in diesem Glauben, so dass auch wir Zeugen sein können für die Gnade, die er uns schenkt. Er schenkt uns neu seine Schönheit. Er nimmt alle Hässlichkeit von uns. Gott ist ja der Quell aller Schönheit. Das sehen wir auch in der Natur, in der Schöpfung. Und wenn wir, so wie bei uns, die Blumen betrachten, jetzt habe ich wieder neu gestaunt über eine unscheinbare Pflanze, über einen Weihnachtskaktus. Diese Weihnachtskakteen, haben Sie schon einmal gesehen, wie wunderschön die blühen können. Es ist einfach ein Wunder der Schönheit Gottes, wenn man dieses unscheinbare Gewächs betrachtet und auf einmal bringt es so herrliche Blüten hervor, die so vollendet sind, könnte man sagen, so wirklich ein staunenswertes Werk der Schönheit, der Herrlichkeit Gottes. Ja, auch diese unscheinbare Pflanze, die ganze Schöpfung, bezeugt diese Herrlichkeit Gottes. Auch in den kleinsten Dingen können wir sie entdecken. Und Gott hat uns schön geschaffen für die Schönheit. Er macht unsere Seele, unser Herz schön. Er nimmt die Schuld, die Sünde von uns. Ja, er, Jesus, ist, wie Johannes der Täufer sagt, auch dieses Lamm Gottes. Ja, in Sanftmut kommt der Herr zu uns, in Demut, um uns nicht zu erschrecken, um uns Mut zu machen, Vertrauen zu wecken. Ja, er kommt zu uns als das sanfte, demütige Lamm, obwohl er, wie es in der Schrift auch heißt, verzehrendes Feuer ist. Ja, Jesus, er ist der Starke, der Allmächtige. Und wenn ein Herrlichkeit kommt, dann offenbart sich seine Macht. Dann sind im Vergleich zu ihm alle Superhelden des Films, des Fernsehens, nur armselige Winzlinge. Er ist der Allmächtige, der Starke, der alles vermag. Wir brauchen keine Superhelden. Denn Jesus ist unser, sozusagen, Superheld. Er ist unser Retter. Er vermag alles. Er ist der Sohn Gottes, der Allmächtige. Und Jesus schenkt uns mit seinem Kommen, ja, durch die Taufe, die wir schon empfangen haben, immer wieder neu, seinen Heiligen Geist. Dieser Geist Gottes, der erscheint, wie wir heute im Evangelium gehört haben, in Gestalt einer Taube. Er kommt auf Jesus herab. Er bleibt auf ihm. Ja, es heißt ja in der Schrift, der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir. Ja, auf ihm, auf Jesus ruht, der Geist Gottes. Und dieser Geist Gottes ist nicht nur eine Taube. Er ist nicht nur Sanftmut. Ja, er wohnt in uns mit seiner Sanftheit. Er überwältigt uns nicht mit seiner Kraft und Macht. Er respektiert unsere Freiheit. Er bittet um unsere Liebe, um unser Vertrauen. Er wohnt schon in uns. Er drängt sich nicht auf. Er spricht manchmal ganz leise zu uns. Sehr leicht können wir ihn überhören. Deswegen sind wir jetzt auch wieder neu eingeladen, hinzuhören auf den Geist Gottes, auf das, was er uns ins Ohr flüstert, sozusagen, was er uns an Gutem, an Heilsamen eingibt. Und doch ist dieser Geist Gottes, der in Gestalt einer Taube erscheint, verzehrendes Feuer. Ja, Feuer ist er. Er entzündet neu unser Herz. Er bringt unser Herz zum Brennen. Er verwandelt es. Er reinigt es von allen Schlacken, von aller Unreinheit, von aller Schuld. Ja, von allem Müll, wie schon gesagt worden ist. Von allem, was unbrauchbar, ja, hässlich ist. So erfüllt uns der Herr mit seinem Licht, mit seinem Heil, wie wir auch in der Lesung gehört haben, ja. Dieser Friede, diese Gnade, dieses Heil Gottes soll in uns wohnen. So können wir Licht und Heil sein für unsere Mitmenschen in der Kraft des Geistes Gottes. Licht können wir sein für andere Völker und Nationen in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche. Durch Jesus, weil er der Retter und Erlöser der Welt ist. Und weil er inmitten seiner Kirche wohnt in der Kraft des Geistes Gottes. Ja, Jesus möchte uns erfüllen mit seiner Kraft. In seinem Licht sollen wir Licht werden für unsere Mitmenschen. Licht der Liebe, Licht der Gnade, Licht der Barmherzigkeit und des Friedens. So wird die ganze Kirche zum Licht für alle Völker, für all jene, die noch nicht an Jesus glauben, die noch nie etwas von ihm gehört haben. Und das Reich Gottes breitet sich aus, bis an die Grenzen der Erde. So dürfen wir hoffen und vertrauen. Amen.